Aus den vorangehenden Filmen wissen Sie, dass man ohne Berechtigungen nicht auf Postfachordner anderer Personen zugreifen kann. Zum Zuweisen dieser Berechtigungen haben Sie bislang zwei Varianten kennengelernt. Erstens, die Funktion Stellvertretung. Zweitens, Freigabeeinladungen. In diesem Film lernen Sie eine dritte Variante kennen, den Weg über die Ordnerberechtigungen. So geht's. Wechseln Sie zur Ordnerliste. Klicken Sie den gewünschten Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigenschaften, Berechtigungen, Hinzufügen. Wählen Sie den Kollegen aus, der Zugriff auf den Ordner bekommen soll und bestimmen Sie bei den Berechtigungen, was er mit dem Inhalt des Ordners anstellen darf. Zugriff auf Ihren Ordner erhält der Kollege entweder über die bisher gezeigten Methoden oder über Datei, Öffnen, Ordner eines anderen Benutzers. Neu erstellte Unterordner in einem freigegebenen Ordner erhalten dieselben Berechtigungen wie der freigegebene Ordner. Kurz, Berechtigungen werden vererbt. Unter Umständen sehen die Kollegen dann Daten, die nicht für deren Augen bestimmt sind. Vergessen Sie also nicht, die Berechtigungen für Unterordner gegebenenfalls einzuschränken oder komplett zu entziehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017